Bad Urach feiert sein 700-jähriges Stadtjubiläum mit einem Festjahr. Einer der Höhepunkte, das 8. Stadtfest mit Festwochenende. Auf einer Bühne auf dem Marktplatz präsentierten sich Bad Uracher Musikgruppen und verschiedene Vereine. Und auch rundherum informierten die Vereine über ihre Arbeit und kümmerten sich um die Bewirtung der Stadtfestgäste. Das Stadtfestwochenende endet heute mit einem Familientag. Der Abschluss ein Brillantfeuerwerk an der Festhalle.